Skagen ist von einzigartiger und grandioser Natur umgeben. Die Nordsee und die Ostsee treffen sich bei Gränen, dem nördlichsten Punkt Dänemars. Skagen-Odde ist wegen des Vogelzuges ein populäres Ausflugsziel für Vogel-Enthusiasten. Auf dem Skagen-Museum auf Bröndubsweih sind Malereien von Skagens eigenen Malern des goldenen Zeitalters zur Schau gestellt. Besuchen Sie das Haus von zwei berühmten Malern Skagens, Michael und Anna Anker. Daneben liegt Bröndubs Hotel und für Kinder ist das Teddybär-Museum immer ein Erlebnis. Von der von Sand bedeckten Kirche ist nur noch ein Turm sichtbar. Dank des Sandtreibens ist die Kirche begraben worden. In der Bonbon-Kocherei gibt es etwas für jedes Leckermäuchchen. Und am Hafen sind die historischen Fischerhäuser in gemütlichen Fischrestaurants umgewandelt. Hier probieren viele zum ersten Mal, wie Fisch richtig schmecken soll. Sowohl nördlich als auch südlich von Skagen gibt es sehr schöne Sandstrecken. Bis zum nächsten Mal. Schau! Tschüss! Tschüss! Tschüss!